Wenn ihr heutzutage den Begriff hört, die Wahhabiten, die Wahhabien, warum man das ausschreibt, dann sind damit niemand anderes gemeint, als die Leute, die das glauben, an das, was Mohammed ibn Abdul Wahhab gepredigt hat, an was er geglaubt hat. Das ist damit gemeint. Und das wird natürlich nicht als Lob verwendet, an die Leute, die Wahhabiten, damit meint man nichts Gutes. Also wenn jemand das zu dir sagt, dann hat er dich nicht gelobt, sondern er will dich damit verunglimpfen. Und deswegen haben wir geguckt, geschaut, Leute, das wichtigste und entscheidendste Buch von diesem Mann, warum der Mann bekannt vielleicht geworden ist, es gibt noch andere Bücher geschrieben, nicht nur ein Buch, aber es ist Kitabat Tawheed. Es gibt auch andere Bücher, die heißen Kitabat Tawheed. Aber wenn du sagst Kitabat Tawheed, dann meint man genau dieses Buch und kein anderes. Und dann wollten wir gucken, was steht denn in diesem Buch drin, das die Leute dazu bringt, ihn zu kritisieren, die Extremsten von ihnen bezeichnen als Ungläubigen. Das ist also nicht weit hergeholt und das ist heutzutage noch der Fall von vielen Leuten. Dann wollten wir gucken, warum machen die Leute das. Und subhanallah, auch wenn ich das nicht jedes Mal deutlich gemacht habe, aber wenn jemand sich einfach mal das Buch besorgt, Tawheed, dann findet er, das Buch ist folgendermaßen aufgeteilt, ein Titel, Ayat, Hadithe und was man daraus lernt. Das ist die Reihenfolge. Und dann soll jemand kommen mit irgendeiner Sache, die der Autor gesagt hat, der Autor, ich rede nicht von der, der erläutert hat jetzt, der Erläuterung, wir haben viel mehr gesagt, als der Autor gesagt hat. Wir können nicht dem Autor alles in die Schuhe schieben. Inshallah, glauben wir das Gleiche wie er. Aber soll einer mit einer Aussage kommen, die dem Koran widerspricht oder den Aussagen des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam widerspricht. Wie denn? Die meisten Kapitel, die wir erwähnt haben, bestehen ja nur aus Ayat und Hadithen. Möchtest du den Autor kritisieren, dass er manchmal Hadithe gebracht hat, die unauthentisch sind? Erstens, es waren niemals Hadithe, die Maudu' sind. Niemals Hadithe, die, wie heißt es, erfunden worden sind. Und dann, in allen Fällen, oder sagen wir, damit ich vorsichtig bin, in den allermeisten Fällen, war der Inhalt des Hadithes sowieso authentisch. Das heißt, der Hadith mag sein, dass er nicht authentisch ist, aber der Inhalt, die Lehre, die wir daraus ziehen aus dem Hadith, ist authentisch bestätigt durch andere Hadithes sowieso. Also, können wir zumindest sagen, mach das mal besser. Mach das mal besser. Mach das mal besser. Mach das mal ein Buch zusammen. Zu jedem Kapitel von der Tauhid bringst du Ayat und Hadithe, die dazu passen und die alle authentisch sind. Und liebe Geschwister, das entscheidende Punkt ist eben, Leute, die andere als Wahhabiten bezeichnen, meinen damit nichts anderes, als dass sie den Koran und die Sunna verunglimpfen. Das ist der Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Ich weiß, dass diese Leute nicht diese Absicht haben. Also, ich bin davon überzeugt, vollkommen, dass wenn jemand andere als Wahhabiten beschimpft und er selbst betet und fasst, Alhamdulillah, dass er nicht damit eine schlechte Absicht hat. Aber das zählt nicht. Die schlechte Absicht, die gute, zählt überhaupt nicht. Warum? Weil wenn die Tat schlecht ist, dann ist die Absicht vollkommen wurscht, nicht mehr interessant. Damit Allah subhanahu wa ta'ala von dir eine Tat akzeptiert, muss die Absicht gut sein und die Tat. Die Reihenfolge für den Betrachter ist folgendes. Er schaut, ein Mensch begeht eine Handlung. Egal was es ist. Beten. Allah, lass es das Gebet sein. Hinterher fragt ihn, für wen hast du gebetet? War es für Allah? Alhamdulillah, freu dich, du wirst deine Belohnung kriegen. War es für einen Anlass aus Allah? Hab Angst vor Allah, mach Taube, sonst wird er dich dafür bestrafen. Das ist die Sache. Aber wenn jemand einen anderen verunglimpft als Wahhabit, dann ist damit entweder ist der Person vollkommen unwissend. Er hat keine Ahnung von gar nichts. Und das ist natürlich meistens der Fall, weil die meisten Menschen unwissend sind. Deswegen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel aus Wissen oder wie auch dem auch seid, wenn er zu einer anderen Person sagt, die anderen wird beschimpft mit einem Begriff als Wahhabit und entweder er weiß, dass damit eigentlich nichts anderes als der Quran und die Sunnah gemeint ist, dann, weyadhu billah, ist er kafr. Keine Zweifelung. Wenn jemand weiß, dass mit Wahhabia nichts anderes gemeint ist als Quran und Sunnah und er verunglimpft das, ist er aus dem Islam draußen. Zweifellos. Aber wenn jemand das nicht weiß, dann ist er, dann ist er, wer ist es, dann hat er ein großes Problem. Mindestens sagen wir. Hat er ein großes Problem. Weil er beleidigt andere Leute und er weiß nicht, woran er spricht. Das heißt, mindestens hätte er seine Klappe halten müssen, wenn man es freundlich ausdrückt. Mindestens. Aber er redet trotzdem und verwendet Begriffe, von denen er keine Ahnung hat. Mohammed ibn Abdul Wahhab heißt nicht mal, der Mann heißt Mohammed, der Mann heißt, das ist die Wichtigste. Der Mann heißt Mohammed. Und Wahhab ist sein Name seines Vaters. Und er heißt Abdul Wahhab. Warum heißt er Abdul Wahhab? Ja, weil Wahhab ist ein Name Allahs. Al Wahhab ist ein Name Allahs. Im Koran steht drin. Und deswegen heißt er Abdul Wahhab, Entschuldigung, der Diener von Al Wahhab. Al Wahhab ist derjenige, der viel schenkt. Wie kann man, wenn man ein bisschen Iman im Herzen hat, diesen Namen Allahs verwendet, verwenden, um andere damit zu beleidigen. Wie geht das? Ja, ich sage, du brauchst nicht du Rahmani oder weiß nicht was. Wir sagen absichtlich nicht, wir versuchen absichtlich nicht, die Ahmadiyya als Ahmadiyya zu bezeichnen, weil Ahmadiyya, das ist ein, Ahmad ist ein Name von Mohammed s.a.w. Und das ist, das ist ein, ein Wort kommt auch von Hamida, von Lob. Das ist ein schönes Wort. Die verdienen das Wort nicht, weil sie ungläubig sind. Ja, sondern wir sagen zu ihnen Qadiyaniya, weil der Mann hieß Ahmad Qadiyani, dem sie folgen, als Propheten, diesem Lügner. Und der Prophet hat ja gesagt, es wird Lügner geben, die Propheten beanspruchen. Deswegen, Tayyip, wir bezeichnen sie nicht als Ahmadiyya, weil der Name ist zu edel für sie. Wie kannst du dann deine anderen Geschmärchen, die Geschwister als Wahhabia bezeichnen, mit einem Namen Allahs. Also das weist die Geschwister mindestens auf Unwissenheit in dieser Hinsicht hin. Liebe Geschwister, der Punkt ist einfach, wie gesagt, zusammengefasst. Wir, wir eignen uns dieses Wissen an und wir können es mit Gewissheit sagen, wenn jemand uns sagt, ihr Wahhabiten, sagen wir, warte mal, dann lass mal was. Was meinst du damit? Immer vorsichtig sein. Was meinst du damit? Wenn er damit sagt, die Leute von Mohammed Wahhab, sagen wir langsam, wie viele Bücher hast du von dem Mann gelesen? Da sagt er dir keins. Alle sagen keins. Alle sagen keins. Einer habe ich gesagt, wie viele Bücher hast du dir? Der sagt keins. Er sagt, ja und dann willst du urteilen darüber? Hat er gesagt, brauche ich nicht. Es reicht, wenn ich die Kritiker über Mohammed Wahhab lese. Toll. Ganz tolle Antwort. Also, Quatsch einfach. Lies doch wenigstens, was der Mann gesagt hat, bevor du über den Urteil ist. Und der Mann hat nichts gesagt. Der Mann hat gar nichts gesagt. Außer, wie gesagt, um ehrlich zu sein, manchmal hat er gesagt, aus diesen Hadithen, aus den Erden lernen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, manchmal bis 20, 30. Hat er den Nutzen erzählt. Aber zeig dir einen Nutzen daraus, der falsch ist. Und jetzt, liebe Geschwister, diesen Begriff verwenden wir nicht. Zweifellos nicht. Keiner von sich behauptet, keiner bezeichnet sich als Wahhabi. Niemand. Das ist Quatsch. Unnötig. Macht Unruhe. Macht Fitna. Macht Spaltung. Ist einfach für die Katz. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran hat gesagt, er sagt über Ibrahim, er hat euch schon zuvor als Muslime bezeichnet. Und deswegen ist das der Begriff. Warum sind die anderen Begriffe später gekommen? Die sind gekommen aufgrund der Notwendigkeit. Notwendigkeit der Lage. Alle sagen Muslime und die einen fangen plötzlich an, wali azi billah, wie soll ich sagen, die Sahaba zu verunglimpfen, die zu beleidigen. Tayyib, irgendwie musst du sie anders nennen, weil wenn du sie Muslime auch nennst, vor den anderen, vor den Kuffar, dann wissen die Kuffar nicht mehr, wer es wirklich musste. Also nennst du sie lieber einen Namen, um sie abzustempeln in einer Gruppe. Das gleiche, was sie mit uns machen. Tafel los. Das gleiche, was sie mit uns machen. Aber das ist die Notwendigkeit der Lage, sonst gar nichts. Ansonsten würden wir niemals andere Begriffe verwenden, außer Muslim, und das war's. Weil Allah hat uns diesen Namen im Koran erwähnt, und er möchte, dass wir diesen Namen verwenden. Alle anderen Namen beiseite. Alle anderen Namen verwendet man nur, wenn es einen Grund dafür gibt. Keiner geht in die Welt hinaus und bezeichnen sich mit anderen Namen als Muslim, nicht mal Sunni. Es zeigt ihnen, es gibt einen Grund. Stellt euch mal vor, ein neuer Muslim kommt zu euch. Fragt ihr, welche Religion hast du? Sagst du Muslim, aber ich bin Sunnit. Das passt überhaupt nicht in die Dawah, wenn du sowas erzählst. Es zeigt, wenn die Person weiß, wovon du sprichst, wie gesagt. Wenn die Person weiß, dass es auch verschiedene Art und Richtungen vom Islam gibt und so, und ihm ist nicht klar, welche richtig ist, da kannst du ihm erklären. Aber normalerweise, wenn er manchmal, was der Islam, sagst du ihm, der Islam ist, zu bezeugen, dass es kein Gott gibt aus Allah, dass Mohammed der Gesandte Allah ist und sagst ihm, die Erkanen im Islam, das ist der Islam, weil der Prophet hat auch so geantwortet, sallallahu alaihi wa sallam. Also antwortest du auch wie er und denk nicht, dass du besser antworten kannst, als er. Wallahu a'lan, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala al-mina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam,